Musik Und wir haben hier die Nachfalle aufgebaut und werden mal sehen, wie die funktioniert. Wir haben das Licht vorbereitet, stellen die Schärfe ein, alles hängt und dann immer. Kann ich mal aufhören zu husten, habe ich doch so gute Pillen gegeben. Und hier ist eine Orchidee und Sonja hat Bratkartoffeln und Matches gemacht. Wir auf die Halunken warten, schlagen wir mal wieder eine Runde Rommi. Wie bitte Ommi? Das ist immer noch Muttertag, sind alle happy. Noch ein Schnaps? Hab ich gefragt und da hat er gesagt, jo. Und es werden Kacken geklopft. Was hast du dem Heini gerade gesagt? Ommi? Du Lügeleiner! Du bist aber auch einer, du! Ich weiß! Du musst es nicht hier drin sehen! Psst! Steh! Der Spiegel stört dich! Nein! Nein, nein! Ich wund, dass er mich schon wieder das macht! Ohhhh! Ich nehme mir immer wieder aufhören. Ich nehme mir kurz an mit an. Ich zache sie mal. Oh, das ist so toll! Weil ich so toll! Ich zache siehst du! Ich nehme mal an! Ich nehme dich nicht so viel! Ich nehme dich ein. Dann nehme meinen Kacken. Lass uns in der Nacht. Versuch Nummer zwei. Oh, ausstrecken, ausstrecken. Ja, sei nicht so blöd. Schön, ausstrecken. Von unten kommt man denn da durch? Sie nehmen an, dass alles okay ist? Unsere Kammel noch rum. Irgendetwas muss da unten sein. Wie geht es euch? Hamburger und Lübecker. Geht alles gut? Die Aussicht ist gut hier? In Deutschland könnten wir solche Sommer haben und könnten wir uns nicht mal im Schatten aufhalten. Aber hier am Wasser, wunderbar. Da kann man es aushalten. Wunderherrlich, ne? Und dann pflanzt da hinten unsere Pflanzen ein. So langsam aber sicher. Guck mal, ob man da unser Häusle da sieht. Wir sitzen hier und schlürfen weg, ihren Old Fashioned. Ihren zweiten schon. Innerhalb von einer Stunde. Das ist auch die falsche Zeit, weil das muss, das ist noch Phoenix-Zeit. Ach, da ist ja unser Haus. Gibt es gerne. Ne, Heine Mann? Ja, sehr gerne. Die Sonne ist so schön, wir haben. Heine Mann, noch schnell ein paar Sonnenstrahlen einziehen. Ja, und da hinten, wo das so... Bevor die Abreise kommt, am 29. Und die Vögel sind den ganzen Tag hier am Flie... Hitsche, guck nicht mal, welcher Kleine. Welcher Kleine meinst du denn? Welcher denn? Der, 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 der... Ach du... Raku... Rakuun. Rakuun. Oh ja, das Meerschweinchen. Der Rakuun. Er hat sieben. Herz sieben. Wieso, was für ein Herz sieben? Sonja, gewinnst du schon wieder? Alles, du bist dran. Ich bin dran. Du bist dran. Sonja, ich spiel für mich selbst. Hier, guck mal, was für Karten ich habe, mein lieber Freund. Was liegt denn da? Was gibt ihr mir denn? Alles. Ja? Alles. Ne, ich darf doch eine Karte... Hast du schon eine Karte für mich genommen? Aha. Fotografieren. Fotografieren. Zieht mal, Jungs, zieht mal. Zieht mal. Zieht mal. Oh, 18, 24. Na, und wie gefallen dir denn die Rufrechungen? Oh, herrlich. Du machst keine Old-Fashion-Itschen, na? Nee. Ich habe noch ein paar gekriegt. Oh, eine. Und wie du lügst. Erst einen. Ist erst der zweite. Prost. Nicht einen. Sie hat zwei gekriegt. Und wie gefallen sie dir denn, Oma? Oh, ich habe noch zwei Kirschen. Nein. Sonja, und was ist mit dir los? Du trinkst nichts mehr? Die Kirschen haben alle Stängel. Ach, du zählst. Du zählst. Ja, ich zähl. Wer zählt, gewinnt, das kennen wir ja. Ja, die Kirchen sind alle so für den Iran-Stängel. Das sind alles männliche Kirchen. Deswegen waren sie teurer. Ja. 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 Die singen, die singen schön, 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 schön. Du fahr von Hamburg, Molson, Ohlenkasten, mit Nomen, Hey, Hey, Magelan. Du würd' nie weh, des Abendbrassen, dat läht man all, mit Obenstum. Ich bin ein bisschen, wie ich bin, wie ich bin, wie ich bin, wie ich bin, wie ich bin. Ja, da kommt ja Udo Jürgens nicht mehr. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020